Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Information Express. Heute mit einem Update von meiner Handelnanlage. Wie ihr da schon sehen könnt, mit einem Faller Karsystem Bus. Dies ist das Startzeit mit einem Nachtbus. Auch mit Straßenspachtelmasse, die hier noch nicht aufgetragen ist. Der Bus fährt eifrig seine Runden, da er über einen Kontakt fährt, der sich unter dem Bus befindet. Dieser wird dann hier auf die Skistraße aufgesetzt. Durch den Magnetgleis, also durch den Draht, unterhalb der Fahrbahndecke, bewegt sich dieser Bus mit. Hierfür musst du die Straßenbahn Platz machen. Auch der Magnetbus, den ich selbst gebaut habe, wird dafür weichen müssen. Also bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Ausgabe von Information Express. ver succinct soll. Also bis zum nächsten Mal. hassbar. Audrey? Dr.